Guten Nachmittag, vielen Dank auch an Sie für die Einladung, Frau Prof. Dreow. Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Slot. Jetzt hatten wir vorhin zwei Staatssekretäre, die offensichtlich wissen, wovon sie reden und das Thema von der politischen Breite und hohen Flughöhe bis runter in die Untiefen des IT-Stacks beherrschen. Insofern, das Ahnt und die beiden kennt, habe ich mich bewusst auf ein anderes Thema fokussiert. Ich würde also gerne wissen, was zu Cyber und Innovation sagen und der ganzen Frage, warum wir eigentlich auch heute uns vielleicht gerade an der Uni BW dazu unterhalten, welche Rolle Innovation spielt, welche Rolle Militär und Innovation spielen und was das eigentlich für Cyber und den Informationsraum bedeutet und in der Zukunft noch bedeuten wird. Wir haben jetzt schon sicherheitspolitisch sehr, sehr viel gehört. Ich glaube, das Wesentliche ist gesagt, der Cyber- und Informationsraum ist zu einem eigenen Operationsraum, militärisch gesprochen, zu einer eigenen Dimension geworden. Und das Warum, haben wir auch gehört von der Staatssekretärin, Cyber-Angriffe auf TV Saint-Mont, durch das Cyber-Kalifat, Anschläge in Paris und Brüssel, die man vielleicht schon anders hätte aufklären können, aber auch der Fall Lisa haben gezeigt, das Thema ist sehr breit, es geht eben um Cyber, es geht aber eben auch um den Informationsraum in Gänze. Und diese neue Qualität, dieses Sicherheits- und Umfeld hat eben viel mit Technologie zu tun und diese Folie, die ich jetzt eigentlich erst einblenden wollte, damit Sie nicht schon die ganze Zeit die Zitate lesen, während ich rede, die zeigt, glaube ich, ein bisschen warum, wenn Sie das jetzt anschauen, es sind ein paar lustige Zitate dabei, also Flugzeuge sind interessante Spielzeuge ohne militärischen Wert, hat zum Glück ein Franzose gesagt, aber auch andere Aussagen wie von Bill Gates, das Internet ist nur ein Halbzeigen, bei Technologie kann man leicht mal daneben liegen, man kann leicht unterschätzen, man kann auch überschätzen, aber die Tendenz ist eben dann doch tendenziell bei Menschen, dass man diese sogenannten disruptiven exponentiellen Technologieentwicklungen eher unterschätzt, weil sie eben sehr schwer vorstellbar sind, wenn man über 10, 20 Jahre extrapoliert. Insofern würde ich gerne auf diesen Komplex eingehen, Technologie, Innovation und insbesondere auch die Schnittstelle zu Militär, Forschung und Industrie und meine Nachredner werden ja danach noch aus Industrie-Sicht dazu sicher an den GES beitragen. Das auch ganz bewusst hier eben am Technologie-Hub in München, an der Uni BW und eben auch hier an der Schnittstelle zu Militär, Forschung und Industrie. Ich habe fünf Thesen, die ich einfach vielleicht kurz durchgehen würde. Der erste Punkt ist, soweit, glaube ich, so intuitiv, neue Technologien bedingen eben auch neue Bedrohungsvektoren. Ich glaube, da sehen Sie diese Zitate, das ist nichts Neues in dieserlei Hinsicht, im Prinzip entwickelt sich die Art des Krieges eben mit der Technologie mit. Teilweise treibt sie auch die Technologie und wir sehen eben natürlich, wie der Staatssekretär Fitt vorhin sagte, auf der einen Seite sehr große Chancen, auf der anderen Seite eben auch die damit einhergehenden Sicherheitsrisiken. Die Chancen sind klar, das hat der Staatssekretär umrissen, die Digitalisierung von allem und jedem. Stichworte sind Internet of Things, Industrie 4.0, Big Data, Predictive, Advanced Analytics. Die bringen eben auch als Korrelat Cyber als strategische Bedrohung. Die Stichworte hier sind DDoS-Attacken, APT, Spectors, Hacktivists und Cyberarmeen. Dahinter steht eigentlich, und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, deswegen auch die Beziehung zur Technologie, nicht so sehr eine steigende Anzahl von Angriffen. Wir werden häufig gefragt, wie viele Angriffe habt ihr denn auf die Bundeswehrnetze und wie stark sind die gestiegen, das ist nicht immer hinreichend schwer zu beantworten, aber faktisch ist es eigentlich nicht die Anzahl von Angriffen, sondern die Qualität, die technologische Qualität und natürlich auch die Raffinesse, die da konzeptionell dahinter steht, die uns eigentlich die größere Herausforderung stellt. Angriffe sind zielgerichteter und anspruchsvoller und insofern stärker auf uns gelenkt. Und das hat eben ganz, ganz viel mit technologischer Innovation zu tun, die eben das Battlefield, wenn Sie so wollen, das moderne Battlefield komplett neu aufstellt. Die Veränderung ist so rasant schnell und da in diesem Kontext jetzt von Experten ist das jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, das wissen Sie, es ist aber wahr. Und insofern ist also die Frage, wie wir auch schnell daran teilhaben, wie wir uns schnell anpassen, wie wir eben an der Innovation teilhaben können. Zweite These und das jetzt eben mit Bezug auf Streitkräfte, die Technologieentwicklung hat über eben den Cyber- und Informationsraum eine neue Dimension für die hybride Kriegsführung etabliert. Deutschlands Sicherheit, das sehen Sie mittlerweile plakatiert, wird auch im Cyber- und ich würde hinzufügen auch im Informationsraum verteidigt. Der gesamte Informationsraum ist also eine neue und zentrale Dimension, militärisch und sicherheitspolitisch. Da vielleicht nochmal kurz hier lang dargestellt, das ist für uns vielleicht manchmal jetzt neu. Wir haben da in Deutschland und in Europa vielleicht noch nicht diese starke Betroffenheit. Wenn Sie sich die Zeitleiste anschauen, in den USA hat mit der Operation Buckshot Yankee das ganze Thema schon deutlich früher angefangen. Man hat dann eben daraus auch gefolgert, das Cyber-Kommando aufgestellt in den USA. Stuxnet hat das Ganze eben militärisch global sichtbar gemacht und den USB-Stick für immer als eine sehr doppelseitige Technologie etabliert. Der OPM-Breach, Staatssekretärin ist darauf eingegangen, das sind Millionen Daten aus der Personalagentur der US-Streitkräfte entnommen worden, weil die eine andere Schnittstelle haben. Da kommen wir zu dem Thema Architektur und dieser vorhin diskutierten Frage, warum zentrale Governance manchmal dann doch so wichtig ist, wenn eben eine Agentur an einem anderen Netz hängt und andere Standards hat, dann kann das signifikante Implikationen haben und so weiter und so weiter. In Deutschland hat, glaube ich, der Bundestagshack das Thema klar etabliert. Für uns Militär sind allerdings andere Themen dort tatsächlich relevanter. Das ist Cyber-Kalifat, was eben klar zeigt, es ist ein klares Instrument geworden von terroristischen Organisationen und eben auch Insurgent-Bewegungen. Der Fall Lisa hat gezeigt, dass das Thema weit über Cyber hinausgeht. Es geht eben auch um Desinformation und das, was man Propaganda nennt. Insofern geht es also bei Cyber um Information und Macht, also auch um Werte und Interessen und deshalb auch um unsere Interessen und Werte, die es eben zu verteidigen gilt. Die Gegner in Auslandseinsätzen, das zeigen auch unsere Zahlen in den Netzen, haben Cyber-Eingriffe recht selbstverständlich in ihrem Portfolio. Deswegen müssen wir vorbereitet sein und das schließt eben defensive Fähigkeiten und natürlich auch offensive Cyber-Fähigkeiten ein, die häufig überbetont werden, die aber natürlich zum Spektrum dazugehören. Dritte These, die Dominanz im Cyber- und Informationsraum wird auch stark über Technologie entschieden. Und die Ausgangslage hier ist nicht positiv. Wir können auch viel über das Thema Personal und Mensch reden, aber das hat die Staatssekretärin vorhin auch schon abgeräumt. Insofern will ich mich auf das Thema Technologie da nochmal konzentrieren. Die kommerzielle Digitalisierung läuft schneller als unsere zivilen und militärischen Sicherheitsmaßnahmen. Und das sagt der Staatssekretär vorhin, die Zielscheibe wächst somit schneller als das Schutzschild. Um genau zu sein, die Zielscheibe wächst eben exponentiell schnell. Und das eben in vielen parallel laufenden Trends. Moore's Law, also Mikrochip-Performance, wissen Sie, verdoppelt sich recht regelmäßig alle 18 Monate. Wireless-Kapazität dank der Beschreibung der Telekom und anderer. Alle neun Monate schon Performance von ISPs, also Kosten zur Effektivität, alle zwölf Monate. Bandbreite Backbone, alle zwölf Monate. Und diese Kette geht uns immer weiter. Das heißt, es sind eben nicht nur die Mikrochips, über die wir häufig reden, es sind eben etliche exponentielle Trends. Und deren Summe ist dann noch kaum vorhersehbar, macht eben die Digitalisierung so dynamisch und so herausfordernd. Das gilt auch, auch wenn man es manchmal nicht glaubt, für die Bundeswehr. Denn die Bundeswehr ist durch die Digitalisierung auch von ihren Waffensystemen von funktionsfähigen und sicheren Netzwerken abhängig. Waffensysteme werden in der Zukunft nur noch als Embedded Systems existieren. Also kaum ein Waffensystem wird wirklich offline zur Anwendung kommen. Das ist in den USA schon zu beobachten. Das größte IT-Projekt der Amerikaner ist wahrscheinlich der Joint Strike Fighter. Also ein hunderte Milliarden Rüstungsprojekt, das aber im Wesentlichen eigentlich nur ein Stück Embedded Software ist, mit einer gewissen Schale drumherum. Die Herausforderung, die man dort sieht an modernen Waffensystemen, können Sie auch sehen. Die politische Debatte in den USA ist im Wesentlichen eine Debatte darum, ob die Architektur, da ist das Wort wieder die Architektur, sicher ist, ob man nicht einer zentralen Serverarchitektur on the ground zu verwundbar ist, ob die Konfigurationen optimal sind. Es geht also nicht um Avionik oder typische Themen, die wir dort vermuten würden. Auch die Supply Chain wird zunehmend zur Herausforderung. Sie war beim Joint Strike Fighter, wurde sie schon mal gehackt, das ist weit bekannt. Es gibt auch Vermutungen, aus welcher Richtung. Insofern geht also mit der Digitalisierung auch in Streitkräften einiges an Herausforderungen einher. Und spätestens durch die SAP-Anbindung bei der Bundeswehr kommen auch in der Instandsetzung unsere Systeme sukzessive jetzt online. Insofern also Digitalisierung. Die Zielfläche wird exponentiell schnell größer, auch in den Streitkräften. Hinzu kommt, die Zahl der Angreifer ist deutlich größer als die der Verteidiger. Wir haben nach unseren Informationen aus den Diensten Tausende bis Zehntausende in einzelnen Ländern wohlgemerkt, auf der Gegenseite. Das schließt ein Militär, Dienste, natürlich auch terroristische Organisationen, Kriminelle. So viele Verteidiger kann die Uni BW bei allen Anstrengungen gar nicht ausbilden in Deutschland. Und so viel können wir auch im Westen in der harten Summe gar nicht entgegenstellen. Führt mich also zu der vierten These. Die Herausforderung ist ein Produkt von Innovation und die Lösung muss es auch sein. Wir können also zahlenmäßig dem uns gar nicht entgegenstellen, sondern wir müssen es technologisch tun. Und wenn Sie es mal ganz plakativ sehen wollen, was das bedeutet, dann, finde ich, illustriert dieses Bild ganz schön, wie schnell eben kommerzielle Technologie Improvisationsmöglichkeiten bietet und zu einem sogenannten Leapfrogging führen kann, wo also unsere Gegner durchaus innovativ sind und diese disruptiven Innovationen, also das wäre in Deutschland nicht zugelassen, da kann ich Sie beruhigen, aber wir können natürlich uns fragen, was das eben für uns perspektivisch bedeutet. Deswegen vierte These, also die Herausforderung ist eine von Innovationen, wir müssen Sie also auch genauso begegnen. Aus meiner Sicht ist das Thema Innovation, Technologie, Militär eigentlich ein recht natürlicher Verbund, eine natürliche Kombination, historisch im Prinzip immer so gewesen, in Deutschland aber nicht so stark verankert. Deswegen freut es mich besonders, dass wir heute an der Uni BW zu dem Thema Cyber, was wir uns jetzt gemeinsam neu erschließen, eben auch in einem solchen Nexus diskutieren, der eben das sehr natürlich vielleicht verkörpert. Vielleicht nochmal ganz groß ausgeholt, warum ist diese technologische Innovation schon immer so wichtig gewesen? Das ist jetzt bei Cyber nichts Neues, das gab es auch schon in anderen Dimensionen. Beispielsweise hat ein Fighterjet nach Schätzungen von Experten ungefähr die 500.000-fache Kampfkraft eines Legionärs in Rom. Also wieder eine exponentielle Kurve, wenn Sie so wollen, die man eben da zurückgelegt hat. Und viele aktuelle Innovationen gehen auf militärische Ursprünge zurück. Manches davon wissen Sie. Ich glaube, bekannt ist, das Internet verdanken wir im Wesentlichen dem ARPANET. Das war also mal ein DARPA-Projekt. Ich glaube, Frau Professor Dreher hat heute was zu DARPA gesagt. Das war also ein Projekt der US-Luftwaffe, die sich ein sicheres Teilnetzwerk für den Krieg schaffen wollte und damit das ARPANET losgetreten hat. Es gibt aber eine ganze Menge andere Innovationen, die wir heute eher kommerziell kennen, die aber auf DARPA-Projekte in der USA zurückgehen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Ich hoffe, da ist eins dabei, was Sie noch nicht kennen. Also hier links unten sehen wir das ARPANET, also die Anfänge in den 70ern eines Internets. Es gibt aber auch das Transit-System, was als GPS heute besser bekannt ist, was also ursprünglich mal ein militärisches Projekt in der DARPA war. Wahrscheinlich den meisten nicht so bekannt. Die Aspen Movie Map, die aber erstaunliche Ähnlichkeiten hat mit Google Maps. Also das, was wir heute eben als Google Maps kennen. Kalo, besser bekannt Ihnen als Siri auf dem iPhone. Also ein Projekt der DARPA und viele weitere. Es gab erste Anwandlungen für Cloud dort und sogar Elemente von Windows gehen zurück auf DARPA-Projekte. Das heißt also, was wir heute eben als kommerzielle Innovation wahrnehmen, hat tatsächlich häufig eben seinen Ursprung in diesen recht anspruchsvollen, meist etwas verrückt wirkenden Anforderungen von Streitkräften, die dann eben dazu führen, dass man mal ganz anders über Themen nachdenkt und eben wirkliche Innovation produziert. Was hat das für Zul mit Cyber? Was ist die aktuelle Anwendung? Ich denke, wir haben es vorhin schon gehört, wir haben viele Herausforderungen im Cyber-Bereich, die eben mit Innovation auch begegnet werden können. Wenn wir in der Attribution besser werden, dann werden viele Fragen, die sich heute völkerrechtlich oder politisch stellen, technologisch leichter beantwortet werden. Und eins ist klar, auch im Cyberraum gilt, kein Staat, kein Geheimdienst möchte bei einem Cyberangriff erwischt werden. Das heißt also, wenn Sie die Attribution geklärt haben, haben Sie an ganz wesentliche Herausforderungen im Cyber-Bereich angegangen. Und insofern hat das viel damit zu tun, wie gut wir eben technologisch werden. Gleiches gilt für Big Data Analytics zur Auswertung eben von Daten, wo wir überlegen können, was sehen wir schon in den Netzen. Es gibt die Überlegung, warum bilden wir nicht die ganze Architektur des gesamten Internets ab. Das ist auch nur ein Big Data Problem. Also viele große Ideen, große Fragen, die man eben vielleicht innovativ angehen kann, bis hin zur Nutzung von Artificial Intelligence-Ansätzen. Also viele, viele Überlegungen, die eben vielleicht dazu beitragen können, Cyber-Sicherheit voranzutreiben durch technologische Innovationen. Jetzt muss ich doch etwas Wasser noch in den Wein gießen. Es gibt einen großen Unterschied bei dem Thema Cyber, weshalb ich auch vor bin, dass gleich noch zwei Industriekollegen zum Thema sprechen werden. Der unterscheidet es eben von anderen militärischen Problemen der Vergangenheit. Und das ist eben, wir müssen hier, fünfte These, Innovation neu denken, mehr an disruptiver Innovation outside in, also aus der kommerziellen Welt in die militärische Welt teilhaben. Das Thema ist eigentlich an einer Zahl ganz gut erklärbar. Hier sind wir links. 80 Prozent der ITK, also der IT-Ausgaben, vereinfacht gesagt, in Deutschland sind in der Privatwirtschaft. Und wenn Sie jetzt mal gucken, wie viele davon sind militärisch, dann sind es wahrscheinlich so 97, 98 Prozent der Ausgaben, die eben im nicht-militärischen Bereich stattfinden. Das bedeutet automatisch, wir müssen eben überlegen, wie wir an Innovationen teilhaben können, die in der kommerziellen Welt geschehen. Ein Beispiel, dass das eben auch für recht fortgeschrittene Technologie, also nicht nur für Smart für uns gilt, sondern auch für wirklich noch darüber hinausgehende komplexe Technologie, hat in den USA SpaceX geliefert, die im April 2016 den Falcon 9 Rocket Booster erfolgreich auf einem Drohnenschiff gelandet haben. Das ist insofern ein spannendes Thema, weil das eine Innovation war, nach der nie ein militärischer Kunde gefragt hatte. Da hat man also einfach mal überlegt, von sich aus, was wäre denn eine spannende Fähigkeit, wo können wir auch zeigen, dass wir eindeutig eben wettbewerbsfähig sind. Und da hat man eben ein Thema sich vorgenommen, das noch keiner geschafft hat, aber auch keiner angegangen hat, weil es eben kein militärischer Kunde danach gefragt hatte. Das zeigt also auch, dass natürlich auch für die Industrie sich das Spiel ein wenig ändert. Es kommen neue Spieler hinzu, Start-ups, die anders über Themen nachdenken, auch teilweise ambitionierter und auch mal Themen entwickeln, nach denen noch kein Kunde gefragt hat. Also die Ausschreibung ist noch nicht im Internet in Koblenz veröffentlicht und trotzdem kommt man mit einer Idee um die Ecke. Das sind natürlich Sachen, die wir auch gerne fördern und sehen möchten. Wie gesagt, heute ist manches anders. Innovation kommt eben von außen. Ich gebe ein paar Beispiele, da hilft dann doch der Blick über die USA, weil die eben mit so viel mehr Ressourcen an diese Themen rangehen. Die Cloud-Lösung der US-Streitkräfte schließt heute Amazon Web Services ein. Also ein Anbieter, den, glaube ich, vor zehn Jahren im Pentagon auch keiner auf dem Schirm gehabt hätte. Die Advanced Analytics Firma Palantir ist aus PayPal erwachsen. Das heißt also eine kommerzielle Firma wie PayPal, die eben dann sagte, was haben wir hier eigentlich für Fähigkeiten, was kann man damit machen. Wir sind eben besonders gut darin, Anomalien festzustellen, um eben mafiöse Strukturen im PayPal zu entdecken. Vielleicht hilft das ja auch Geheimdiensten und anderen Sicherheitsdiensten. So sind die eben entwachsen. Und auch in der Bundeswehr ist ja nicht so, als würden wir es nicht auch tun. Wir nutzen eben auch SAP und HANA für Big Data. Das heißt auch wir nehmen eben kommerzielle Innovationen, bringen sie in die Bundeswehr und gucken, was sie für Mehrwerte liefern können. Trotzdem ist es eine Herausforderung für Staaten und für Militärs. Manche kleinen Nationen sind da besser. In Israel und auch in Korea geht das teilweise noch etwas intimer zu. Da ist die Verzahnung höher. Aber klar ist, auch wir werden es durch Clusteransätze, Verzahnung von Nutzern, Startups, Forschung und Wissenschaft, Industrie und Geldgebern auf den Weg bringen müssen. Und das führt mich zum Schluss zum Heute und Hier. Was heißt das für die Uni BW und für die Bundeswehr? Was heißt das? Aus meiner Sicht, meine Damen und Herren, das Thema wird wichtiger. Es geht bei Cyber um Zukunftsfähigkeit von Streitkräften. Cyber- und Informationsraum ist eine Dimension von Aufklärung bis Wirkung. Technologie und Innovation werden über die Dominanz in diesem Bereich entscheiden. Dafür müssen wir stärker in Innovation investieren, auch militärisch, vielleicht mit weniger Scheuklappen. Das ist in Deutschland immer noch etwas schwieriger, jenseits der Uni BW. Wir brauchen eine Kooperation zivil-militärisch. Wir müssen in Ökosystemen und Innovationsketten denken, nicht nur linear in Aufträgen, Ausschreibungen, Programmen oder Produkten und Innovationen eben von außen reinbringen. Das geht nur gemeinsam, Industrie, Streitkräfte, Forschung und Startups. Und wie die Staatssekretärin sagte, natürlich muss dann auch die Beschaffung schneller gehen. Das wissen wir, da haben wir etwas zu tun an Hausaufgaben. Apps sind keine Waffensysteme, also müssen wir sie auch anders integrieren. Deswegen ist aus meiner Sicht die Uni BW und Code ein hervorragender Fokuspunkt solcher Cluster. Ein Cluster heißt automatisch, das ist nicht ein Node, sondern da sind mehrere Nodes. Insofern kann ich alle beruhigen, da wird genügend Arbeit für alle Industrieunternehmen, Fraunhofer, Uni BW, wenn ich jetzt vergesse, der sei mir nicht böse, übrig sein. Es hat eine hervorragende Location hier im Thightech-Mekka München mit Softwareindustrie und Mittelstand, starker Wehrtechnik und Systemfirmen in der Umgebung, direkte Nähe zum Ludwig-Bölko-Campus in Ottobrunn mit dem Accelerator und einigen Startups in der Luft- und Raumfahrt und natürlich vielen jungen Talenten und nicht zuletzt, und das sei mir erlaubt noch, der Nähe zum militärischen Nutzer, der mit seinen komplexen Problemen schon so manche Innovationen getriggert hat. Also ich hoffe, den einen Punkt nehmen Sie mit, dass Innovation und Militär sehr eng zusammengehen und eigentlich eine klassische Kombination sind. insofern freue ich mich auch auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, wenn wir eine Frage haben aus dem Publikum. Trauen Sie sich auch danach in der Mittagspause. Gibt es jemanden? Bitte hier. Können Sie noch mal Ihren Namen sagen? Das Mikrofon ist direkt. Ihr eigenes Institut für Angewandte Statistik. Ich möchte von Ihrer letzten Folie ausgehen. Sie sagen, schnell in die Bundeswehr bringen. Haben Sie Ideen, wie sowas geschehen kann, wie man das kanalisieren kann, wie Sie zum Beispiel erkennen, wann etwas eine gute Idee ist? Wenn es nämlich schon lange auf dem Markt ist, dann ist es ja nur noch halb so gut. Ja, also Ideen in der Tat. Es ist gut, dass Sie Ideen gefragt haben, nicht gesagt haben, was haben Sie schon umgesetzt. Das wäre immer schwieriger. Also Ideen, ich glaube, es sind drei spontane Sachen, glaube ich. Wir haben uns ja viel angeschaut international. Das ist ja kein Thema, das uns alleine beschäftigt. Wie machen das andere? Ich glaube, das Top-Thema schlechthin ist einfach Verzahnung. Also eine viel engere Verzahnung, was man so Ökosystem-Neudeutsch nennt. Ich glaube, das machen die Israelis vor einfach beispielhaft. Da ist eine engste Verzahnung, die hat historische Gründe, die hat natürlich einen anderen Sicherheitskontext zugrunde. Aber in dem Maße, wie sich unsere Sicherheitslage auch ändert und die Bundeswehr, glaube ich, auch in die Mitte der Gesellschaft rückt, können wir, glaube ich, auch da besser werden. Deswegen, glaube ich, Cluster-Ökosysteme sind der erste Punkt. Ich glaube, das zweite Thema ist, dass man bei dem Thema erst auch mal visibel und präsent sein muss. Wir haben den ersten Start-up-Dialog mal in Berlin gemacht, auch unter Teilnahme von Herrn Brandl. Und das war total spannend. Wir haben festgestellt, es gibt viele Start-ups, die das spannend finden, die auch schon teilweise für lau mit der Bundeswehr arbeiten. Die wissen gar nicht, wie sie einen Auftrag kriegen. Die finden es aber spannend, weil die sagen, das sind spannende Kunden und die stellen interessante Fragen. Insofern ist auch da die Frage dann im dritten Schritt, wie man dann, und am Ende hat es natürlich auch damit zu tun, Geld dort reinbringt, also wie man eben mit F&T-Mitteln strategisch umgehen kann, wie man die eben, ich sage mal, zumindest Venture-Capital ähnlich einsetzt. Ich würde jetzt nicht direkt in Aussicht stellen, dass wir da im großen Maße jetzt Inkubator werden. Ich glaube, das können andere besser. Aber wie wir zumindest auch zeigen, das ist ein Markt, es gibt einen interessanten Kunden und es gibt eben auch ein Ökosystem, in dem das dann gedeihen kann. Und ich glaube, die Bundeswehr kann das anschieben, aber stattfinden muss es dann eben, glaube ich, eben in diesem System. Und was uns, glaube ich, helfen würde dabei, ist, wenn wir uns am Ende noch fokussieren, ich glaube, das kam ja vorhin auch raus aus der Diskussion, wir müssen auf Themen dann gehen im IT-Stack, um es wieder technisch auszudrücken, die auch beherrschbar sind. Also die ganze Breite wollen wir jetzt auch nicht nahelegen, dass man die irgendwie abdecken könnte. Aber das wären so zwei, drei Ideen zumindest. Vielen Dank. Haben wir noch eine weitere Frage? Da wird noch das Mittagessen verdaut. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken, auch für Sie nochmal zum Mitnehmen mit dem Code-Logo. Dankeschön. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus